Das war's für heute. den Sound ausgemacht. Ich hoffe, er ist nicht zu tragisch. Wir haben es ja direkt wieder gemerkt. Wir haben da auch viel gelabert. Wir schalten einmal um. Wir sind jetzt voller super Lebenspilzhütte des Todes. Wie man sich erinnert, waren wir beim letzten Mal auch noch richtig gut. Nicht nur, dass der Sound nicht da war. Unser spielerisches Talent ist einfach wahnsinnig cool. Oh, da hinten sind Nordlichters. Sehr schön. Unser Einsatz meines Lebens. Stimmt, stimmt. Boomba. Ach, da verschwendet er die stibitzte Feuerblume. Oh Gott, oh Gott. Okay, warte, nein. Ich muss meine Zocker-Pose einnehmen, sonst geht das nicht. Das ist aber auch voll extrem. Guck mal, kann ich mal gegenlaufen? Ja, es ist ja nicht nur rutschig, sondern... Hol den Pilz. Dafür ist die Musik voll schön. Du kannst sogar bergauf rutschen. Coin, coin, coin. Oh. Oh, da oben will ich hin. Hallo? Gruber. Guck dein Gruber. Vorsicht. Oh, oh. Vorsicht, ruf da. Lässt dich. Ey. Richtig schnabulieren. Hallo? Wie, wie? Hinterrücks wurde ich von Flammen angegriffen. Ach, Mann. Aber unsere Leben sind drastisch gestiegen. Wie sollst du eigentlich 21 Leben noch? Du stirbst so oft. Gar nicht. Immer. Hat mich jemand sterben sehen? Ja. Ja. Oh. Nein, ich werde es nicht kriegen. Die Feuerblumen bleiben ja zum Glück liegen. Manchmal ist es nicht so gut. Lauf! Boah, sind wir... ...den... Alter... ...Sniper! Boah! Extrem! Rückwärtsauber! Oh! Was hast du denn in den Feuerballwerfer? Hab ich ja noch nie gesehen! Doch, hab ich schon. Da oben müssen wir hin, da oben müssen wir hin. Wirst du echt riskieren? Dir ist doch nicht schwer, dann musst du dir dann... Toll, du hast unsere einzige... Komm, nochmal! Du musst mich aus der Bubble holen, im Sprung. Ach, hier machen wir... Wir machen uns einfach auf dem Rad des Todes. Komm, zu dem Rad. Einfach so auf dem Rad des Todes. Hier, komm. Stamp ihn, pump ihn ab! Okay, okay, ha, ha, ha! Da steckt ein Goomba in der Kastanie. Ja, wir übersehen aber auch manchmal voll den üblen Stuff, ja. Kann man drauspringen, wenn er aus der Kastanie guckt? Wer guckt aus der... Das ist eine Kastanie? Da guckt, da guckt ein Goomba raus. Kann man jetzt drauspringen? Ey, das hab ich noch nie gesehen. Ich weiß es nicht. Du musst es riskieren. Nee. Nein. Das heißt, wer mit... Warte, ich muss springen, schmeißen und du machst B. Was, was? Du musst gleich babbeln. Mach dich bereit, wenn du die Kräuter hast. Das wird riskant. Aber was machst du dann? Du stirbst. Ich kann doch in der Luft noch umdrehen. Ach, du meine Güte. Das wird doch nichts, Mann. Ich komm doch nicht dran. Du hättest nicht babbeln, du hättest doch nichts passiert. Ich hab reflexmäßig gebabbelt, weil ich dachte, ich muss schräg. Ein Versuch, oder? Wir sollten sowas nicht öfters versuchen. Du hättest in die Fernbedienung immer am Anfang. Einfach so. Ich hab da so einen Reflex. Was ist los? Goomba. Goomba Boy. Nicht rein. Hallo. Wir haben ihn ausgelockt. Hier sind wir schon wieder im Kastanien-Goomba. Du kannst dich diesmal töten. Noch. Dann riskierst du jetzt wenigstens mit Durchlaufen einfach. und dann verlierst du halt einen. Deine Größe. Sprick einfach schön weit. Es geht nicht. Und jetzt schrollen sie. Und jetzt babbel. Wenigstens so, ey. Wenn du die schöne Feuerblume schon verlierst. Ja. Ja. Angriff? Nein. Los, die ist weg. Der, die ist weg. Die Pilz. Die Pilz ist weg. Die Pilz. All die. All die, er macht sie alle hier. Aber stopp. Er holt sie raus aus dem Versteck. Ah. Der Fieslinge. Und die rett die Goomba. Kann man eigentlich noch klatschen? Ah ne, nur wenn man ganz weg ist, glaub ich, ne? Das wusste ich gar nicht. Das hat schon oft passiert. Im Multiplayer passieren viele Dinge. Wenn du das Spiel ausgeschrieben bist. Boing, boing, boing. Oh, oh, oh. Pilz, Pilz, Pilz. Warte. Give me the Pilz. Point, cactus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Luigi. Keep on going. Off. Uh. Abgeprallt. Skill, Style und Eleganz. Oh. Oh, Eleganz. Wo denn? Komm mal her. Du musst... Oh Gott, feierbar! Du musst jetzt hier gleich nochmal drunter springen. Wir müssen gleichzeitig anlaufen. Das funktioniert nicht. Gleichzeitig anlaufen. Und auf... Erstmal den Pilz. Wir laufen gleichzeitig an und auf Go springst du. Das nicht. Okay, egal. Renn weg. Eins, zwei, drei. Go! Oh. Krass. Oh, 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 oh. Hier kriegt man noch was der Boden. Und schöne Haare. Das fand ich meine Haarpracht. Aber die ist da drunter. Die ist da drunter. Von Zopf geflochten. Von jünglichen Damen. Nur von jungen. Ja. So, jetzt aber keine Bausers. Nur von jungen. Jungen Damen, oder? Was ist den Satz beim Beenden? Ich weiß ja nicht. Kontext. Ah! Oh, Bausers. Herr Kurs, dafür habe ich allen grünen. Ja, wow. Ja, oh, du hast nix. Doppelgrün habe ich jetzt. Was hast du? Sag mir deine Referenzen. Die Bist. Bowser Boy schon wieder. Oh. Oh. Oh, wie ich da zwischendurch gelutscht bin. Eik. Oh, wie es geht. Junge. Oh. Ey, das war gut, glaube ich. Oder? Ich glaube, wir haben wir angenommen. Oh, nicht schlecht. Ja, warte, warte. Oh, aber komm, ey. Oh, aber komm, ey. Ausgesammelt. Uh. Vier Stück. Krass, ey. Wie gut wir sind, oder nicht? Also, ich fand's gut. Ich fand's richtig nice. And nice. Aber wir müssen jetzt erstmal den Dieb holen. Ach, der Dieb, ey. Wie ich ihn immer vergesse. Können wir den mit in die Röhre hier nehmen? Komm, wir mit, Bruder, holen. Ach, den kann man... Willst du den mit zum Dieb nehmen? Ja. Das bringt doch gar nichts. Doch, er muss ihn klauen. Ja, er muss ihn klauen. Vielleicht kann er in die Eis... Oh, nein. Not again. Wie, was passiert? Das ist übliche. Es passiert irgendwie immer, wenn wir in das Menü gehen. Kleine technische Probleme. Ja, das ist irgendwie komisch. Das Bild war verschwunden, aber nicht für euch. Nee, für euch nicht. Da ist er. 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 Ja, aber... Er kann ihn doch einpusten. Ich nehme ihn nicht mit. Okay, dann hast du ihn liegen. Du hast ihn verschwendet. Ich nehme ihn mit. Ach, die du... Lebe! Lebe, Mario! Ich komme hinterher! Catch ihn! Wo ist er denn? Da läuft er! Ich bin ihm auf den Fersen! Ich auch! Wieder! Ja! Ich hätte ihn auch. Mit dem Hecht. 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 Warum der überhaupt weggenommen wurde. Mario 64. Der ist ein echten Hecht. Der echte Hecht. Der war so geil. Zack. Da gibt er uns was von seinem Zeug ab. Aber so manche Mario Klassiker sind bis heute immer noch einfach gut. Mario 64 ist auch eines der Besten. Aber das Lied am N64, da waren alle Spiele geil. Na, nicht alle. Ocarina of Time, also von Nintendo. Ja, aber... Nintendo hatte da die Besten. Es gab auch ziemlich blöde Spiele auf dem N64. Aber von Nintendo? Du musst da auswählen. Auf unserem fünften Monitor. Weil aus irgendeinem Grund immer wenn wir ins Menü gehen verschwindet da das Bild. Oder da. Da ist auch noch ne Kamera. Hallo Kamera. Hallo, Kamera. Valuigi. Ja. Unser Resi-Shirt Team. Oh. Na, du hast damit angefangen. Oh. Oh. Wollte ich entkommen. Nein, wieso ist das so? Oh nein, ey. Okay. Mist. Ich hab Angst vor technischen Problemen. Wir sind gerade allein gesperrt. Wir müssen denen erst die Sonnenbrille... Ja, ja. ...und die Flügel... ...entfernen. Die Flügel ausreißen. Voll brutal, Mario. Au. Jawoll. Das ist die Schatzdruck. Das ist die Schatzdruck geöffnet worden. Die Büchse der Pandora. Was ist drin? Oh. Immer so wertvolle Dinge. Oh. Boah. Das ist, äh... ...gar nicht extrem. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das darf nicht häufiger passieren. Vielleicht im Level nicht. Hoffentlich nicht. Doch. Oder? Hörnchen. Hörnchenmeister. Au. Ey, warte. Ich war nicht vorbereitet. Geh doch nicht einfach so ins Blaue, Mann. Oh. Er macht doch die geheimen Rufs. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Okay. Don't risk it. Kugel Willi. Oh oh. Okay. Oh oh. Es ist alles gut. Oh, Junge. Warte, warte. Ich stell mich links drauf. Und dann musst du hoppeln. So immer. Du bleib einfach stehen. Jetzt komm einfach hoch. Ich booste dich einfach hoch. Ach so. Okay. Nochmal. Ah. Warte. Ah. Das geht so. Das ist so nicht gedacht. Äh. Pump it up. Pump it. Pump it. Pump den alten Klempner. Ich geh einfach jetzt nach hoch. Ah. Okay. Nochmal. Jetzt geh. Ich hab Angst, dass das da runterfällt. Ah. Was ein hinterrückst Mord. Was? Ich hab nix gesehen. Springt einfach in den Tod. Guck mal. Ich stell mich drauf auf, wenn's runterfällt. Äh. Überlebe Mario. Stell dich auf die Mitte. Oh, Hörnchen. Was machst du denn? Der greift mich an, Junge. Einfach mal hüpfen. Dann passiert nix. Hüpfen. Hüpfen ist Leben. Hüpfen. So. Das ist Leben. Stapuliert er sich dann. Yeah. Das Hörnchen ist voll fies. Yeah. Catch the dive. Noch. Oh. Oh. Ich bin bombardiert. Bombenmangel. Uh. Ich hab Angst. Lauf. Was ist das für ne fiese Wolke? Ist was drin? Coins. Wo, wo, wo ist die Wolke? Hab ich doch schon eingesammelt. Oh. Au. Pfff. Oh. Sitze da in der Ecke rum. Achtung. Oh mein Gott. Hu. Da ist die Wolke wieder. Wo denn? Ah. Oh. Extrem. Er atmet sie ein, die Wolke. Wohin jetzt? Ah. Da runter. Weg, weg, weg. Er hat nur einen kurzen Augenblick und dann stürzt alles in sich zusammen. Warte, wir müssen da hoch links. Warum? Ich muss sie einfrieren. Du musst sie einfrieren. Friere sie ein. Das geht gar nicht. Das ist extrem. Jetzt lass mich mal. Okay. Erstmal runter da von der Plattform. Oh nein. Jetzt ist sie tot. Oh nein. Dann kommt ne neue. Warte. Oh Gott ey, whatch? Oh. Oh, egal weiter. Egal weiter. Ein extremer Versuch. Pff. Hohohoho. Oh. Oh. Was? Was ist passiert? Wow. Gigantik! Ich könnte nicht sterben. Riesiger. Riesiger Swilly! Oh, Mist, ey. Was machen wir? Wir müssen den Part noch so beenden. Also noch ein, zwei Levelchen. Und dann müssen wir die Bildprobleme... Eigentlich vergessen wir auch jedes Mal neu zu starten. Erst vergessen wir den Ton einzuschalten, dann vergessen wir überhaupt den... Liegt das am hohen Alter oder ist das einfach nur... Ich weiß nicht. Wieso kriegen wir jetzt eine Lust? Ach so, wir haben die nicht eingesammelt, weil wir müssen ja stehen bleiben, um sie ins Inventar zu stecken. Okay, auf dem Weg zur Pilzhütte. Dann machen wir das jetzt noch. Ja, und dann die Burg im nächsten. Ja, weil wir müssen sonst immer so da rüber glatzen, so... Oh, was passiert da? Oh mein Gott. Irgendwo hier ist was Geheimes! Sei geheim! Dann kann er zapfen einfach nur raus. Was sagst du? Kick! Du 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 du. Yeah, catch the ice cube! Huah! Haha, go! Ey! Wieso sehe ich den denn nicht? Vorsicht! Versteckt gefunden direkt. Hände doch nicht so da durch, Mann! Hallo! So endet das nämlich! Ich kann das nicht, wenn du dich immer so beeilst! Das ist... Ich bin alt! Luigi Mario! Hahaha! Luigi heißt der einfach! Nein, nein, nein! Dann sind wir zu klein! Kannst ihn wegdiven trotzdem! Warte, warte! So geht das doch nicht! Ah! Endlich krieg ich mal was ab! Hier, verdammt! Oh, oh, ne! Ich war zu slow! Sind diese Level überhaupt dafür gebaut zu zweit oder zu mehreren? Ja, du musst diven, action dive! Lebe! Oh, okay! Haha! ZAPFENBALL! Hier ist ZAPFENSTREICH! Danke! Boah! Warte doch, warte doch! Ja, ja, Mann! Okay, okay! Easy, easy! Das Schwere ist, man muss sich ein bisschen an diese... Dass das Bild halt... Ne, dass das Bild auch zwischendurch halt stehen bleibt, wenn du so Sachen einsammelst und so! Weißt du? Dann hast du ja diesen einen... ...bis drei Frames oder so, wo es dann einmal komplett... Oh, oh! Wie ist es, Dude? Was will er denn da? Ist eingefroren! Ich... Da oben ist doch bestimmt was, oder? Rechts oder links, was meinst du? Ha, ha, ha! Piu, 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 piu! Kommst du nicht mit, ey? Ne, ich bin zu klein! Oh, schön! Aber da kommt der Zapfen jetzt! Ja, lass den erst mal! Oh! Oh, ey! An dem Zapfen hochgegleitet! Fängt der Hauer ein, halt! Ey, man sieht's immer wieder, weißt du, diese Unterjochung des kleinen Mannes! Ja, so fühlen sich praktikant bei Joko und Klaas, ey! Mal gesehen, was die machen müssen! Oh! Schmeißt du mir den Schneeball ins Gesicht! Beeil dich, Mann! Beeil dich! Leute, wenn es eins gibt, was ich bei Mario hasse, dann ist es rutschiger Boden! Weil? Oh, wir sind doch einen guten Ausgang gegangen! Ah! Das war mal knapp, ey! Ah, gut war das! Das war abgestimmt! Gezielt, weißt du, wie gesagt, Luigi ist da ein bisschen der ruhigere Typ! So! So, wir laufen auch wenigstens in die richtige Richtung! Ja! Ah, nee, müssen wir gar nicht! Wir sollen den Part hier beenden! Genau, wir beenden kurz den Part und starten den Rechner neu! Oh, das wollt ihr! Uh! Und ich denke, wir lassen unsere Weihnachtsmützen noch ein bisschen auf! Bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Ja! Vielen Dank.